Vielleicht gehörst auch du zu den vielen Schülerinnen und Schülern, die endlich mal gute Noten schreiben möchten. Dann nutze doch jetzt unser super Sonderangebot in der Vorweihnachtszeit und besorge dir das E-Book, das Gute-Noten-Prinzip. Warum das eine gute Idee ist? Vielleicht raufst du dir ja verzweifelt die Haare und weißt einfach nicht, wie du in der Schule besser werden kannst. Nicht? Du bist sowieso ein Einserschüler oder eine Einserschülerin? Dann vergiss das Angebot. Falls aber nicht, solltest du dir dieses Video weiter anschauen. Es gibt nämlich das ein oder andere Geheimnis, mit dem du schneller und besser lernen kannst. Und wenn du mehr Wissen aufgenommen hast, dann werden auch deine Arbeiten besser und in der Folge natürlich auch deine Noten. Doch wie machst du das? Weil das wirklich viele Schülerinnen und Schüler immer wieder fragen, habe ich das Gute-Noten-Prinzip geschrieben. In diesem cleveren Buch findest du 33 einfache Lerntechniken, die dir sofort dabei helfen, in der Schule besser zu werden. Übersichtlich, überschaubar und direkt einsatzbereit. Diese Lerntechniken habe ich mir natürlich nicht aus den Fingern gezogen, sondern sie in vielen Jahren intensiver Arbeit mit Kindern und Jugendlichen getestet. Bevor ich Lernvideos erstellt habe, war ich nämlich sehr lange Lerntherapeutin und hatte immer wieder mit genau dieser Frage zu tun. Wie werde ich in der Schule endlich besser? Letztlich ist die Antwort immer, du musst eben mehr lernen. Aber das Lernen an sich kann sehr mühsam, aber auch sehr unterhaltsam und effektiv sein. Meistens liegt es daran, die richtige Lerntechnik für sich selber herauszufinden. Wenn du erstmal weißt, wie du am besten lernst, dann ist der Rest ein Kinderspiel, versprochen. Ein Beispiel Wusstest du, dass sich dein Gehirn genauso wie dein restlicher Körper vor dem effektiven Lernen erst einmal warmlaufen muss? Dein Gehirn muss sich also aufwärmen, um dann mit seiner ganzen Energie den Lernstoff zu verinnerlichen. Das ist zum Beispiel eines meiner 33 Lerntechniken oder Lerngeheimnisse. In Kapitel 10 erfährst du, wie du das machen kannst. Und noch ein Beispiel Viele Schülerinnen und Schüler ärgern sich immer wieder über Rechtschreibfehler, die ihnen die Note versauen. Eigentlich können sie die Wörter richtig schreiben, aber im Stress einer Klassenarbeit oder eines Tests passieren eben kleine Fehler. Diese kleinen Fehler haben Auswirkungen auf die Endnote. Das weißt du sicherlich selber ganz genau. Es gibt aber einen wirklich guten Trick, der dir dabei hilft, deine eigenen Rechtschreibfehler ziemlich sicher zu entdecken. Wie das geht, erfährst du in Kapitel 26. Und die anderen Lerntechniken werden dir auch gefallen und sehr, sehr nützlich sein. Probiere es doch einfach einmal aus. Bis Weihnachten kannst du das E-Book für diesen super Sonderpreis kaufen und sofort downloaden. Du findest es auf der Internetseite www.lernförderung.de im Shop und den direkten Link, den stelle ich dir natürlich unter dieses Video. Das Video wird am Heiligen Abend deaktiviert, sodass niemand mehr das Angebot wahrnehmen kann. Ab da kostet das E-Book wieder 13,99 Euro. Nutze also diese Chance, das gute Notenprinzip zum Drittel des normalen Preises erhalten zu können. Dann kannst du es in den Weihnachtsferien ganz in Ruhe studieren und im neuen Jahr alle mit deinen Fähigkeiten überraschen. Du wirst sehen, wenn du die einzelnen Lerntechniken verstehst und anwendest, wird dein Jahresabschlusszeugnis im Sommer richtig gut. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg in der Schule, egal ob du nun das gute Notenprinzip kaufst oder nicht. Denn Bildung ist die beste Investition in deine Zukunft. Schöne Weihnachten!